Bernadette, vielen Dank, dass du uns deinen LKW zeigst. Hier wohnst du also die ganzen vier Tage? Ja, hallo Mareike, das ist mein Reich hier und ich bin auch ganz froh darüber, dass ich immer mein Zuhause auf dem Turnier dabei habe, weil ich finde es schrecklich, wenn man immer ins Hotel muss und verschiedene Betten und so. Und gerne zeige ich dir mal mein Reich. Ja, da freue ich mich. Wie du sehen kannst, das ist ein ganz normaler Wohnraum, auch recht groß, weil das ist ein Pop-Out LKW, also der fährt rechts und links fahren die Seiten raus, dadurch wird er recht groß und du hast eine Sitzecke. Diese 6 Sitzecke kann man auch zu einem Bett machen, also man kann den Tisch runter machen und man kann dann ein zweites Bett machen. Dann hat man eine Küche, ganz normale Küche mit Kochfeld. Wir haben auch eine Spülmaschine. Die ist aber ganz schön klein. Ja, aber das ist schon ganz praktisch, wenn man eine Spülmaschine hat. Und Kühlschrank und Mikrowelle und Kaffeemaschine, also das ist wirklich alles im LKW. Das ist vom Allerfeinsten. Und das Schönste im LKW ist natürlich hier der Fernseher. Und das ist da oben mein Bett. Das kann man runterfahren und dieses Sofa kann man auch noch aufmachen. Und das kann auch noch mal ein Bett werden. Also es können insgesamt acht Leute hier in dem LKW schlafen. Dann wird das aber ganz schön kuschelig. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ganze acht waren es nicht, aber so ja vier, sieben, fünf, sechs. Also es komme ich immer viele Freunde besuchen und dann, ah, kann ich bei dir schlafen? Im LKW ist doch genug Platz und so. Oder mein Bruder kommt vorbei. Man hört ja immer von den legendären Reiterpartys, die jetzt stattfinden in den LKWs. Hast du sowas auch schon mal gemacht? Reiterpartys nicht, aber was in meinem LKW Tradition hat, ist Fußball. Also wenn Weltmeisterschaft ist oder Europameisterschaft, dann kommen alle in meinen LKW und dann wird hier Fußball geguckt. Ja, super. Und das ist jetzt hier der Hauptbereich. Und gibt es auch noch einen Bereich, wo du dich duschen kannst und wo du eine Toilette hast? Ja, ich habe ein richtig schönes Bad mit Sternchen am Himmel. Also ich kann euch das gerne zeigen. Das ist hier gemütlich. Und wir haben auch 400 Liter Wasser im LKW. Das ist ganz praktisch, also man kann vier, fünf Tage zu dritt duschen. Also das ist schon richtig Luxus. Und hier stehen dann jetzt die Pferde. Wie viele Pferde haben denn genau hier Platz? Ja, der LKW ist eigentlich für fünf Pferde gebaut, aber er ist recht eng. Also drei Pferde fahren gut. Bei vielen Pferden wird es schon ein bisschen schwierig. Also wir haben auch große Pferde, ne? Bei den Dressur-Pferden, die sind Grosaltspringpferde und da brauchen die ein bisschen Platz. So, Bernadette, vielen Dank für den Einblick in deinen LKW. Es war wirklich total spannend. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, es freut mich, dass es dir gefällt. Also da siehst du mal die Reiterwelt, ne? So wie wir leben und ja, wie es so jeden Tag auf dem Turnier läuft. Dann wünsche ich dir noch ganz viel Glück bei deinen nächsten Prüfungen. 剛 Genau. Untertitelung des ZDF, 2020